Ich erinnere mich, dass wir noch vergessen werden. Wie sieht's aus? Seid ihr alle mal dabei? Schön die Mannschaft aus der Rundfrau. Oh, da müssen wir noch mal die Leute weg. Seid ihr mal dran auf der Tribüne der Rundfrau. Schön die Mannschaft aus der Rundfrau. Wunderbar, geht's so besser. Danke, ich rüber auf der Rundfrau. Ich sehe gar nichts. Es sind da nicht so viele Leute durch die Nebel. Könnt ihr mich sehen. Seid ihr alle noch auf der Rundfrau. Schön die Mannschaft aus der Rundfrau. Mhhh. Dann muss ich meiner Hinterstor. Und auch danach, wie sieht's bei euch aus. Seid ihr bereit? Schöne Mannschaft aus der Rundfrau. Und an das Rundfrau. Bieteschön. Bieteschön. Unser Trainer, Porto B. Márquez Lopez. Vortraut heute auf folgende Elf Spieler. Um Lomel United zu schlagen. Hector mit der Nummer 13, mit der Nummer 1, Jonas Päumela. Mit der Nummer 3, mit der Nummer 3, Raoul Kenney. Mit der Nummer 4, mit der Nummer 4, der Kapitän Fasli Kokabas. Mit der Nummer 5, Dioradou Diak. Mit der Nummer 8, mit der Nummer 8, Kjellik Kiss. Mit der Nummer 11, Christian Santos. Mit der Nummer 15, mit der Nummer 14, Etienne Vanazen. Mit der Nummer 21, Michael Lamont. Mit der Nummer 23, Hemoschi Ibozuki. Mit der Nummer 24, mit der Nummer 24, Ressoni Vesli. Auf der Nummer 19, mit der Nummer 39, mit der Nummer 4, John Fedager. Mit der Nummer 7, mit der Nummer 9, le 13, der Rennski. Ein Adiebe, Thップ, mit der Nummer 11, mit der Nummer endorsement. Mit der Nummer 13, mit der Nummer 4, die Nummer 27, Ressoni Vesli. Mit der Nummer 29, � Bunu Vesli. Und mit der Nummer 27, Christian Babasel. Vielen Dank.